hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von solaris ex in red ihr wollt mehr sehen und mehr zukunftsplatz verpassen dann abonniert doch meinen kanal so didodido wir haben hier einmal in der sozialforschung was frei und zwar die zell revitalisierungszentrum da geht es rauf mit dem bewohnerwachstum von plus 25 prozent geil wenn wir es ab und können nehmen wir gleich mal dann haben wir hier noch einen eigenschaftspunkt wo wir ausgeben können das hier bei den vögeln und dort sagen können wir vorlage ändern und was machen wir hier das schwach kommt raus haben mich an minus 20 prozent braucht man nicht mehr an der vorlage erstellen das sind alle jetzt hier gut 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 rechte bleiben alle gleich dann passt das gut dann starten wir gleich mal hier weiter lassen wir es mal noch rennen immer noch haben wir doch hier schon ausgegeben das habt ihr den mensch das kommt raus das bietfrieden oder staatsbürger vorlage anwenden die situation log update verfügbar erforschen spezies modifizieren 57 monate cool knallen wir jetzt die ganzen bewohner rum und passt die sache so ist es wieder was frei geworden und was haben wir hier die modifikation schaden fraktion an der endgame krise einfluss sternbasen schaden angefallenen reich man so ist so und mannlich einigkeit hier geht die kostenblocker waltungslimit dauer anlass fähigkeit einflusskosten koloss projekt evolution fleisches fleisch ist schwach tendenz klima wieder herstellen wachsame einigkeit baugeschwindigkeit megastruktur galaktische wunder xenobiologie ist so das sind ja lauter tolle sachen ich lasse einfach mal ist ja ich weiß aber ich lasse es gut hier verbrecher syndikat ach so jetzt aber ist nach meine güte ja jetzt jacky saasch also kurze verwirrung ich muss weiterziehen es geht jetzt nicht muss ja das bisschen noch aufräumen nein hier rein nehmen wir das nämlich noch mit hier okay überfüllt kann ich jetzt auch nichts machen mensch konstruktion komplett jetzt kommt jetzt kommt es halt jetzt so was willst du tun so dann hole ich mir den jetzt noch konstruktion die modifizierung ein traum ist das doch cool du bist auch gleich fertig zurückgestellt das passt arbeitslos ok das passt da soweit was mit dir korvette schon kein auftrag also hier runter können wir was schönes bauen was bauen wir bei dir was fehlt uns legierung fehlt uns eigentlich bauen wir sie doch so kann ich dann noch mehr ansprüche ansprüche noch mehr ach das was ich mir dich noch dazu holen nehme ich mit ein traum wurmloch reißen nur nullpunkt positionierung uninteressant dann kommst du dran damit Strom ohne ende bleibt kommt Armee du bist hier ok dann komm mal hier mit ran dann Armee landen hol dir die Planeten schön weiter fliegen weiter fliegen weiter fliegen weiter fliegen die kleinen Planeten das kostet terraform machen wir doch machen wir so mit dem letzten warte ich jetzt noch kurz so der ist jetzt hier haben die denn abgeschossen mich aber wundern dann pfff gelandt jawoll wohl wohl sehr schön dann landen wir hier drüben noch und hey da ist wieder so viel drin oh ok dann legen wir hier rein so ich seht euch ab was ist das Steinpalästin Shop Feitalherr Krieger Gelehrter Wohnungen Dienstleistungen es geht alter merkwürdige Fabrik produziert produziert boah das glaube wurde verkauft so muss das sein so euch nach da oben haben wir ja noch was da ist noch eine Base hier haben wir noch eine Welt eine kleine kann ich mir die auch noch holen das brauche ich noch 85 ok aber ich kann ja trotzdem rüber fliegen wir sagen hier construction complete nein kann ich nicht ok ok verstanden ok 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 mhm mhm modificator das dauert noch dann ist das schwach endlich weg ok das ist uninteressant hier korvette du bist uninteressant das hier bleibt interessant da können wir verstärken gut so manche ausbauen zu müssen wird das nicht so hier nochmal aufgegangen ach wo kriegt er die harten Typen her hier verdammt ey ich wieder keine Chance mit meinen Popels einhalten hier ah construction complete uh jetzt habe ich aber Angst ach da sind zwei ach da sind zwei das ist ein student für eine Welt wieder so ein Ding construction complete ok interessant 51 ok 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 jetzt ist eh bald vorbei da sind wir wieder ein Stückchen größer geworden schön schön so 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 meine riesen reichweiten lass mal spickeln hier was ihr denn eigentlich alles habt ihr habt die Punktverteidigung ja ihr alle nein 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 das ist das ist das ist das ist Stubpunktverteidigungen Zerstörer Korvetten nein der hat sie nicht ok da können wir nicht reinschauen so dann gehen wir das hier noch ab ok mega kanone fight Ruhige Kriegsmüdigkeit. Friedensangebot. Hau mal einen Boost hier rein. So, was gibst du mir denn für... Trull. Wo ist Trull? Irgendwo Trull? In Chrom. Das ist Trull. Heißt der hier? Und da... Nein. Das nicht. Hier... Editor... Nein! Ich hab doch alle bis jetzt. Der sonst macht irgendwo was. Darum die paar. Da muss ich noch drauf kommen. Wenn es endlich mal klappen wird. Wieso nicht? Buck das hier wieder, oder was? Ich kann es fast meinen, hey. Okay. Geht mal zusammen hier. Hm... Hm... Leckt wieder richtig hart hier. So, haut hier mal rein! Jawoll! Wo müsst ihr hin zum Repairn? Nein, nein, nein! Hört auf mit dem Mist! Runter hier! Rekrutieren! Achso. Hier mal ein bisschen upen. Muss ich da doch noch drauf warten? Da! Es geht! Bam! Anspruch drauf gestellt. Ein Traum! Was packen die dazu Teufel? Piu, 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 piu! Versteh ich nicht. Wie witzig. Wie die Bass-Station die einfach wegflext. Sklabel verkauft. Reparieren. Alles gut sein. Weiter! Weiter! Immer weiter! So. So, ihr kommt mal hier ran. Vielleicht fliegt er jetzt mit euch darüber. Fliegt ihr mit? Nein! So ein Mist! Ey, ey, ey. Okay, dann wird das jetzt ein bisschen schwieriger. Leckt das System, oder was? Wachstumsgeschwindigkeit. Wachstumsgeschwindigkeit knallen wir wieder rein. Ah, ist das nervig. Okay, dann muss ich in dem Fall warten und gucken, ob ich mit denen da runter kann. Ja, super. Das geht natürlich wieder. Ah, dann machen wir das halt so. Dann fliege ich mit denen, was ich oben baue, hier runter, mache das nieder, gehe hier rüber und gucke, dass ich den letzten Planeten mir hole. Dann sei ich an dieser Stelle darauf zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Versch. Tilt.